Die perfekte Zornesfaltenbehandlung erfolgt immer dann zur rechten Zeit, wenn es nicht in diese Tiefe bereits gelangt ist. Nun ist es hier so, dass die Falte schon eine gewisse Tiefe erreicht hat und wir müssen hier in zwei Etappen das Ganze behandeln. Einmal wäre das die Botulinumtoxinbehandlung, damit man immer noch eine gewisse Mimik hat, aber trotzdem das Ganze etwas schwach ausgeprägt ist und danach erfolgt eine Chaluronsäurebehandlung und hier der erste Teil dieser Behandlung. Untertitelung des ZDF, 2020